Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment, meine Herren. Ich bin gleich wieder da. Was mag er vorhaben? Was fragst du noch? Er wird sich das Leben nehmen wollen. Wegen einer Liebesaffäre, das ist doch kaum zu fassen. Was tun wir da? Wir müssen versuchen, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Ja, das hast du gut gesagt, aber wie? Mit Vernunft kann man ihm im Augenblick nicht beikommen, fürchte ich. Ja, das wird ja auch. Also müssen wir uns um ihn kümmern. Wir dürfen ihn nicht aus deinen Augen verlieren. Waren, ja? So ungefähr. Mutter Prost. Nur wenn er uns entwischt. So weit darf es eben nicht kommen. Ja, vielleicht hat er sich jetzt schon aus dem Staub gemacht. Psst, komm. Na, Mr. Fielding, wie wäre es mit noch einem Whisky? Gut, einen trinke ich noch, aber das ist dann unwiderruflich der letzte. Also jetzt trinke ich auch noch einen mit, zur Feier des Tages. Bitte, noch mal drei Whisky. Drei Whisky, die Herren, sofort. Haben Sie heute noch etwas vor? Ich? Nein, ich werde dann wahrscheinlich nach Hause gehen und schlafen legen. Haben Sie nicht Lust, mit uns noch ein wenig zusammen zu bleiben?